Hallo liebe MOBA-Freunde und willkommen zurück zu Atlas Reactor. Mein Name ist Ataboum und ich stelle natürlich auch gerne mal meinen Kompagnon vor, den Bleddick. Hallo Ataboum. Ja, wir wollen jetzt hier noch ein bisschen weiter eskalieren. Und ja, wir haben die Free-Rotation und als Quest habe ich halt Freelancer gewählt, ne Frontliner, deswegen nehme ich jetzt mal Asana, eben in der Folge davor, die wir aufgenommen haben, hatte ich ja den Rampart, ja und der Bleddick, der spielt jetzt mal Titus, weil er seinem Schwert einfach mal zeigen will, wo der Hammer hängt, oder so ähnlich. Dann haben wir noch Lockwood dabei und dann haben wir noch mal Blackburn. Jo. Kein Support. Oh, oh. Wieder mal nicht. Ne. Hatten wir aber so vorhin noch nicht. Ich meine, war das nicht früher so, dass es immer noch dabei war? Nö, nicht hier. 5, 4, 3, 2, 1. Mal gucken, ob wir den Frachttransport errauten können. Was haben wir denn mal so? Big Nest, Kothos, Mati, 20, 20.022, Replace, haben wir auch dabei. Einmal Off. Das Bild sagt mir halt gar nichts. Das müsste, glaube ich, ist das nicht L? Mhm. Mhm. Roman ist Papi und das andere ist der, den wir auch gerade gegen uns hatten. Ich komme jetzt gerade noch nicht auf den Namen. Der diese tollen Schilde machen kann. Mhm. Your team is ready. Okay. Wo stehen wir denn? Ganz unten. Am HZW? Wie heißt der denn jetzt? Steht er nicht. Okay. Ähm. Wo springe ich denn mal hin? Da hin springe ich. Ne, schon. Wann kann man noch nicht gucken. Ja, aber der ist das. Ach so, man sollte auch was tun. Ah! Ach, drei hätte ich mir sparen können, weil er das macht ja zuerst. Ah, verdammt. Gut, er kriegt erst mal ein Schild. Ah, ich habe eine scheiß Position hier ausgewählt bei mir. Da kann ich gar nichts machen. Ja, Bladdig eskaliert erst mal schön. Voll rein. Ha, 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 ha. Hätte er mich eh nicht getroffen. Au. Mich hätte aber getroffen. Verdammt. Ich hätte jetzt gerne einen Rundumschlag. Aber egal. Schlagen halt die beiden. Machen wir so vorher. Passt schon. Irgendwie fehlt mir der vierte noch von denen. Oder die vierte. Eins, zwei, drei. Ja. Ist noch nicht sichtbar. Ich habe vergessen, mich zu bewegen. Oh, ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich habe mich zu bewegen. Oh. Ich habe mich zu bewegen. Ich habe mich zu bewegen. Ich habe mich zu bewegen. Ah, da hinten ist sie. Auf geht's. Was? Verschreibst du zum Beispiel am Chat? Hm? Blackburn. Ihr seid mir, er ist Puff. Erking Imba. Dann habe ich nur gesagt, ja, du hast recht. Schleimer. Aus geht mir auf den Keks, machen wir aus platt? Ja, ja. Ähm. Warum ich mal so nicht ran, ich muss das mal, äh, Martin nehmen. Ich spotte mal. Warum hast du einen Taunt? Hab immer nur in der Kiste gehabt. Mann. Schmeckt es? Schmeckt es? Ich bin irreplacent. Ich bin irreplacent. Hihihi. Hm, es sieht aber trotzdem nicht so gut für dich aus. Ach doch. Ich habe vergessen, meine Katalyzen zu ändern. Deine, was dann? Mit dem, weißt du was? Wie, was, wann, wo? Katalyzen. Oh. Ähm. Ich hole mir jetzt erstmal das Seekit. Nach einem kleinen Angriff. Ich zentepotier mich weg. Mach den Taunt eigentlich automatisch oder muss ein extra kling? Wie bitte? Mach der den Taunt eigentlich automatisch oder muss er den extra klingen? Den, über den, über den Kopf, von dem Bild, wo es ein Knopf, da steht dann, äh, taunt. Also wenn es auf Deutsch spielt, spott. Ah. Ah. Ah, verdammt. Ich bin tot. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich jetzt bewege. Warum geht der denn jetzt nicht dahin? Ich habe doch extra... Och, komm schon. Ich habe extra auf das Ding geklickt. Warum er da jetzt nicht hingeht, weiß ich auch nicht. Oh, eine Attacke und ich bin so tot. Kannst du dich teleportieren? Ja, doch. Oh. Gott. Ich bin tot. Weil die werden genau dahin schießen. Weil zu naheliegend war. Nee. Nee. Aber du bist tot. Uh-huh. Ja, der Hund ist immer, haben wir doch gesagt. Ich würde mich eigentlich lieber mit meinem Sprung wegbringen, aber ich würde den auch gerne umlegen den Typen. Ach, lieber abhauen. Am besten hinter die. Nicht nach unten weg, sondern nach rechts weg. Zu spät. Ja, nach rechts hätte ich auch nicht gekonnt, aber ich bin garantiert eng geblieben. Und so habe ich noch Hecht mitgenommen. Das ist gut. Überredet. Was ruckelt denn da immer so? Du bist wahrscheinlich. Okay. So. Jetzt rocken wir richtig. Ich laufe nämlich nur. Ich glaube, ich kriege jetzt auf die Nase. Niemals. Hier komme ich nicht weg. Klar. Du machst 30 Damage, du überlegst 4 und kriegst einen Lebenspunkt am Ende der Runde. Ja, aber da ist noch so ein blöder Aus, der mich gleich abfuckt. Ja. Dieser Schaden von dem Viech. Ja. Auf die Glocke. Schießt der Ende. Ja. Und das war's. Oz. Ach, Oz hat nichts gemacht. Löl. Weil er kuschelt mit dir. Ja. Ich meine, alles oder nichts Angriff? Also ich ziehe auch auf Replace. Brauchst du nicht, wenn meine Attacke durchkommt, ist er tot. Ja, wenn deine durchkommt. Ja, wenn deine durchkommt und dann da ist noch einer. Ach, geht nur auf beide. Toll. Er ist abgehauen. Aber ich habe einen mitgenommen, während ich sterbe. Nur Oz hat überlebt, die Sau. Kleine Schwotte. Grad übertreibt halt. Fünf Angriffe in einer Runde. Ja, genau. Nur bekloppte Restart Position. Na gut, aber die können sie ja noch zum Positiven entwickeln. Nur wenn sie jetzt nach rechts wegläuft, die L. Ja. Dieser Schaden. Ach so, er hatte seine Ulti gemacht. Deshalb. Mach ein Salto. Jawoll. Schön. Ausgleich. Dann habe ich malceks, er ging es bald noch nicht. Eine Chance最後. Nötig? Wie machen wir das mal? Gehen wir mal rein. Je setzt die Ulti auf Bienen. Mach du mal. Äh, das ist ein Schutz-Ulti, ne? Fuck. Ja, das war okay. Schütz dich doch den anderen damit. Ja, ja, aber... Obwohl doch, das zweite macht ein bisschen Schaden, aber ich glaube, das ist gar nicht so... Wie sie alle da hinten rumhocken. Ist ja grausam. Okay. Ne, das machen wir nicht. Ne, ne, das machen wir nicht. Ich sprinte nur. Und zwar dahin. Ronald ist auch gerade ins Test gekommen. Äh, Ronald war schon King Kill. Bad Kill King. I'm aiming toward your eyes. Oh je. Treffel. So, jetzt. Blödes Mistviech. So. Ja, Replace ist tot. Wenn er nicht wegkommt, ist er tot. Ach, der versteckt sich wieder, die Sau. Er hat doch seinen Tausch fertig. Der kann mit seinem Spiegelbild tauschen. Das wird er jetzt auch tun. Ja, und die Ulti vom... Sag ich ja. Ratte auf zwei Beinen, ey. Die Geräuschkulisse von ihm. Dieser Schaden ist einfach nur lächerlich. Na, okay. Zwei, drei steht's. Ach so, dann kann ich nicht mehr angreifen. Da ist ja doof. Mach du mal was auf den... ...Matti. Müssen wir den mal ein bisschen raus haben. Ich schwäch den. Dann kriegt er 25 Schaden von mir. Ups. Ach, schützt er sich selbst. Ach, schützt er sich selbst. Ich weiß nicht, was der Hund gerade gemacht hat. Ja. Er hat eigentlich vorbei geschossen. Hä? Hm? Okay, sag ich. Ähm. Ja, alle zwei oder drei Runden kann der Affe das. Er ist auch ein Schlau-Fuchs vor allen Dingen. Er setzt seine Mauer dahin, damit... ...damit ich Schaden kriege, wenn ich da längs laufe. Und dann zieht er mich zu sich ran. Ach nee, das war noch von der Vorrunde. Aber ist auch egal. Er hätte es ja wissen müssen. So, Place is down. Ich aber auch. Glaubst du? Nee. Aber ich erwische noch Mati. Nichts öffnet die Linie, aber wie eine Plasmagun. Ach, nein. Er wische ich nicht. Und da... Ach, in letzter Sekunde zündet der noch seinen... ...Health. Und er konnte sich eher teleportieren, als ich angreife. Das ist von mir auch wieder zu fahren und leben. Get the better with me. Ja. Ist halt bei dem so. So. Da sehen wir die... ...Trust Mission abgeschlossen. Hehehe. Jetzt kann ich auch wieder was vernünftiges spielen. Ja, liebe Leute, das war mal wieder eine Folge Atlas Reaktor. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst was Leckeres da. Wir brauchen eure Rauchzeichen. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link zu jeweils dem anderen Kanal. Aber wenn ihr beim Lädix Shop habt, mein Kanal. Oder wenn ihr bei mir schaut, Lädix Kanal. Und ja. Schaut auf jeden Fall mal in die anderen Projekte rein, die wir haben. Da ist auch richtig geiler Stuff dabei. Genug Eigenwerbung. Wir wünschen euch einen wunderprächtigen Tag. Haut rein, Leute. Ciao.